Schön, dass Du da bist zur heutigen Yoga-Einheit für mehr Beweglichkeit in den Beinen und der Hüfte. Wir beginnen heute im Fersensitz. Leg die Hände in Deinem Schoß ineinander und schließe hier gern Deine Augen. Werde ganz aufrecht in Deinem Oberkörper, indem Du über Deine Scheitelkrone den Nacken lang nach oben wächst und Deine Schultern weich an den Seiten nach unten sinken lässt. Atme hier einmal tief, tief ein durch die Nase und vollständig durch den Mund wieder aus. Nochmal so tief ein durch die Nase, in Dein Herz, den oberen Rücken hinein und durch den Mund wieder aus. Sehr schön. Dann bring die Kniematten breit auseinander für die Haltung des Kindes und leg Dich dann über Deine Arme ganz lang nach unten auf die Matte ab. Stirn zum Boden und lass den Po zu den Fersen sinken. Und dann mit der nächsten Einatmung komm auf die Fingerspitzen, heb etwas den Blick und wandern dann mit der Ausatmung auf den Händen rüber nach rechts in den Side Stretch. Schieb hier den Po zurück, leg gern die linke Hand auf die rechte, um die Dehnung zu intensivieren. Und dann bleib hier noch für einen tiefen Atemzug. Einatmen, heb wieder den Blick und mit der Ausatmung wandern mit ganz viel Länge über die Mitte rüber nach links auf die andere Seite. Auch hier gern wieder rechte Hand auf linke, schieb den Po nach hinten und atme in die Dehnung deiner rechten Flanke hinein. Nochmal tief ein und aus. Einatmen, heb wieder den Blick, aus, wander zurück zur Mitte. Roll dich von hier aus Wirbel für Wirbel nach oben auf in den Vierfüßlerstand, Hände unter den Schultern, Knie unter der Hüfte und für zwei Runden Katze-Kuh fließ mit der Einatmung mit dem Brustkorb über unten nach vorn. Öffne dein Herz. Mit der Ausatmung schieb in die Hände hinein, werde rund Katzenbucke. Letztes Mal. Einatmen, genüsslich nach vorn fließen, Schultern zurücknehmen. Mit der Ausatmung richtig rund werden, den Nabel nach oben und innen ziehen. Einatmen, neutraler Vierfüßler, Rücken gerade und streck dann dein rechtes Bein zur Seite aus, Fußfläche geerdet. Dann heb mit der Einatmung den rechten Arm lang nach oben zur Decke, lehn dich etwas zurück in deine rechte Schulter hinein und mit der Ausatmung schlängel den rechten Arm unter dem linken nach links zur Seite unten durch. Einatmen, wieder nach oben strecken, heb den rechten Arm. Ausatmen, wieder nach unten eindrehen, nach links durchschieben. Letztes Mal. Einatmen, richtig aufspannen, expandieren und ausatmen. Schlängel den rechten Arm unten durch und leg komplett ab. Bleib hier. Strecke an den linken Arm lang nach vorn. Atme nochmal tief ein und aus. Dann löse auf, schieb stark in die linke Hand hinein, zieh dich über den rechten Arm nach oben zurücklehnen. Ausatmen, rechte Hand zur Matte, neutraler Vierfüßler, alles auf Anfang. Streck nun für die linke Seite dein linkes Bein nach links aus, Fußfläche geerdet. Hebe dann mit der Einatmung den linken Arm nach oben, lehn dich zurück. Und mit der Ausatmung schlängel den linken Arm unter dem rechten nach rechts unten durch. Einatmen, wieder nach oben heben, ganz weit werden. Und mit der Ausatmung wieder ins Nadelöhr unten durchfädeln. Letztes Mal, einatmen, zieh dich über den linken Arm nach oben und ausatmen, nach unten durch. Lieg komplett ab, schläfe zum Boden und strecke an den rechten Arm nach vorne aus. Einatmen hier und aus. Letzter Atemzug. Und dann schieb in die rechte Hand hinein, zieh dich über den linken Arm nach oben. Ausatmen, linke Hand zur Matte, löse dein linkes Bein, Vierfüßler. Setz dich von hier aus nochmal nach hinten auf die Fersen, verschränk deine Finger, kreis etwas die Handgelenke in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Ausatmen, kurz Hände ausschütteln und dann verschränk die Hände an deinem unteren Rücken. Schieb mit der Einatmung die Fäuste zurück, dein Herz nach vorn, spann dich hier auf. Atme lange wieder aus. Nochmal tief einatmen, mehr in die Öffnung kommen. Ausatmen, löse die Hände, bring die Hände vor zur Matte, klapp die Zehen um und schieb dich dann zurück in deinen ersten herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Richte dich hier gut ein, bring die Füße ein Stückchen zurück, Knie noch gebeugt. Und ganz wichtig ist hier, dass dein Po weit nach hinten und oben rausschiebt, um ganz viel Länge in deinem Rücken zu schaffen und vor allem im unteren Rücken. Lauf auch gerne etwas auf der Stelle, walk the dog. Schau dabei mal in die eine, in die andere Richtung unter der Achsel jeweils unten durch. Etwas die Beinrückseiten aufwärmen und andehnen. Und dann komm langsam wieder zum Stillstand. Atme ein, beug die Knie, schau vor zu den Händen. Ausatmen, lauf mit den Füßen nach vorn. Einatmen, finde in die halbe Vorbeuge ganz viel Länge. Ausatmen, ganze Vorbeuge, lass dich hängen, Uttanasana. Greif dir hier den gegenüberliegenden Ellbogen, wieg dich etwas von links nach rechts. Lass dich hier immer schwerer hineinhängen. Lass den Kopf schwer hängen. Mach hier auch gerne mal ein paar Ja-Ja-Nein-Nein-Bewegungen, um hier alle Anspannung aus dem Nacken rauszunehmen. Atme noch mal tief ein und lösen wieder aus. Sehr schön. Löse wieder die Verschränkung der Arme. Und für einen Twist platziere die rechte Hand vor dir unter der Nasenspitze. Linkes Bein gestreckt, rechtes gebeugt. Leg dann die linke Hand hinten auf dein Steißbein. Wachst mit der Einatmung mit dem Oberkörper nach vorn, Hüften parallel, langer Rücken. Mit der Ausatmung drehe die linke Schulter nach oben auf und streck den Arm zur Decke. Einatmen, hier nach oben ziehen. Aus, mehr in den Twist hineinlehnen. Einatmen, Länge. Aus, löse auf, linke Hand nach unten. Unter der Nasenspitze, rechtes Bein nun gestreckt, linkes gebeugt. Und leg die rechte Hand auf dein Steißbein. Einatmen, wachst nach vorn. Ausatmen, öffne die rechte Schulter hoch zur Decke in den Twist. Streck den Arm hoch. Einatmen, ausatmen, mehr reindrehen. Einwachst über die rechten Fingerspitzen zur Decke. Ausatmen, löse auf, rechte Hand zur Matte. Schiebe in die Füße hinein. Richte dich mit der Einatmung mit geradem Oberkörper nach oben auf. Hebe die Arme. Und ausatmen, bring die Hände vor dein Herz ins Anjali Mudra. Einatmen, schwing die Arme nochmal weit über die Seiten nach oben. Ausatmen, tauch ab, Uttanasana, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, tritt zurück in den herabschauenden Hund. Ein Atemzug hier, ein und aus. Mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein lang gestreckt nach oben. Ausatmen, bleib hier. Schiebe in die linke Ferse hinein. Wachst dann mehr in deinem rechten Bein. Ausatmen, öffne die Hüfte, rechtes Bein gebeugt. Und schiebe hier aus den Händen hoch in dein Herz mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung ganz kraftvoll aus dem Herz zurück in die Hände. Knie hebt mehr zur Decke. Ein hoch ins Herz. Ausatmen, aus dem Herz in die Hände zurück. Einstreck dein rechtes Bein, schließ die Hüfte. Austritt mit dem rechten Fuß nach vorn zwischen die Hände. Linkes Knie bleibt in der Luft. Bein lang gestreckt. Wieg dich hier gern kurz vor und zurück. Ein bisschen einrichten in deinem Ausfallschritt. Herz zieht dabei lang nach vorn. Achtung mit der nächsten Einatmung. Streck nun beide Beine. Rechter Fuß geflext, Variante der Pyramide. Rücken ist lang. Ausatmen, rechtes Bein wieder beugen. Linke Ferse zurückschieben. Noch zweimal so. Einatmen, beide Beine strecken. Langer Rücken. Ausatmen, rechtes Bein beugen. In den Lunge. Allerletztes Mal. Einatmen, Länge. Und ausatmen, wieder beugen. Achtung, mach mit dem linken Fuß einen kleinen Hoppser näher zu dir ran. Beide Füße hüftschmal auseinander. Linke Fußfläche um 45 Grad geöffnet und vollständig am Boden. Mit der Einatmung verlängere dich nach vorn für die Pyramide. Mit der Ausatmung tauch ab, beug dich über dein vorderes Bein. Einatmen, noch mal leicht anheben, verlängern. Und ausatmen, nachgeben, in die Vorbeuge sinken. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung beug vorsichtig dein rechtes Bein und tritt zurück in den herabschauenden Hund. Alles auf der anderen Seite. Heb dafür mit der nächsten Einatmung dein linkes Bein lang nach oben. Aus. Schieb mehr in die rechte Ferse hinein. Linkes Bein bleibt. Einatmen, Länge im linken Bein. Aus. Öffne die Hüfte. Linkes Bein beugen. Dann schieb mit der Einatmung aus den Händen hoch ins Herz. Und mit der Ausatmung die Kraft aus dem Herz in die Hände zurück. Knie hebt hoch zur Decke. Ein aus den Händen ins Herz. Aus. In den Boden zurück. Einatmen. Linkes Bein strecken. Schließ die Hüfte. Aus. Bring den linken Fuß nach vorn. Zwischen die Hände. Rechtes Bein gestreckt. Schau etwas nach vorn. Schieb die rechte Ferse stark zurück. Und beweg dich hier vor und zurück. Ganz kleine Bewegung. Einrichten in deinem Ausfallschritt. Und dann Achtung mit der nächsten Einatmung. Streck wieder beide Beine. Vorderer Fuß geflext. Rücken ist lang. Und mit der Ausatmung beug wieder dein linkes Bein. Schieb die rechte Ferse zurück. Aktiver Lunge. Einatmen. Beine strecken. Zieh dich nach oben. Herz lang nach vorn. Ausatmen. Ausatmen. Wieder beugen. In den Lunge. Letztes Mal. Einatmen. Strecken. Und ausatmen. Wieder beugen. Und dann tritt mit dem rechten Fuß wieder näher zu dir ran für die volle Pyramide. Rechter Fuß um 45 Grad geöffnet. Nimm die linke Hüfte etwas zurück. Wachst mit der Einatmung mit dem Oberkörper lang nach vorn. Mit der Ausatmung beug dich über dein linkes Bein nach unten. Einatmen. Herz leicht heben. Aus. Sink tief. Ein. Und aus. Noch ein, zwei letzte Atemzüge hier. Und dann beug vorsichtig wieder dein linkes Bein und schieb dich von hier aus in den Hund zurück. Einatmen. Schieb dich nun vor in die Plank, ganz kontrolliert. Und mit der Ausatmung leg komplett nach unten auf die Matte ab. Komm in Bauchlage. Für die Sphinx platziere die Unterarme vor dir, Ellbogen unter den Schultern, Mittelfinger schauen gerade nach vorn. Schieb den Fußspann ganz stark in den Boden hinein. Wachst mit dem Herz nach vorn und oben, Schultern ziehen zurück. Und lass den Bauchnabel aber auf der Matte. Stell dir vor, wie du mit den Unterarmen die Matte, den Boden ganz stark näher zu dir ranziehst. Und dir so noch mehr Raum in deinen Schlüsselbeinen, in deinem Herzraum schaffst. Atme hier nochmal tief, tief ein, noch mehr Aktivität. Und ausatmen, leg ab, löse auf und platziere die Hände auf Brusthöhe neben dir. Klapp die Zehen um und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Sehr schön. Tief einatmen hier. Und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein lang nach oben. Und mit der Ausatmung tritt mit dem rechten Fuß nach vorn an die Außenseite der rechten Hand für die Lizard Pause. Dein linkes Bein gestreckt, Knie in der Luft und schieb die Ferse nach hinten. Dein Herz zieht dich lang nach vorn. Und mit der Einatmung zieh jetzt mal beide Beine in der Hüfte ganz stark zueinander. Komm mit der Hüfte etwas höher. Und mit der Ausatmung schieb dann die Beine aus der Hüfte voneinander weg. Die linke Ferse stark nach hinten. Und von hier aus wandern mit den Händen ein Stückchen weiter nach vorn, um tiefer in deinen Hüftöffner hinein zu kommen. Vielleicht willst du auch die Unterarme zum Boden bringen. Finde hier deine Variante. Aber lass dein Herz immer mehr nach vorn als nach unten schauen. Und dann langsam bring das linke Knie zur Matte. Finde zurück auf die Hände. Und von hier aus komm nun auf die rechte Fußaußenkante. Öffne dein Knie zur Seite. Die Zehen sind rangezogen. Wander mit der linken Hand weiter nach vorn. Und schieb dann ganz vorsichtig mit der rechten Hand gegen dein rechtes Bein für eine intensive Hüftöffnung. Und dann lehn dich auch hier mehr in deine rechte Schulter hinein. Dreh dich etwas mehr nach oben auf in eine Drehung. Und wenn du noch weiter gehen möchtest, kannst du dein linkes Bein beugen. Greif dir dann mit der rechten Hand den linken Fuß. Zieh den Fuß ganz dicht zum Po ran. Heb dafür gern etwas die Hüfte an. Mit der Ausatmung lass dann die Hüfte tief sinken. Und spür diese Dehnung in deiner linken Oberschenkelvorderseite, deinem Hüftbeuger. Kannst ja auch gern auf den linken Unterarm kommen. Und dann dreh dich hier wieder mehr auf. Lehn dich in die rechte Schulter hinein. Öffne dich mehr zur Decke. Sehr schön. Ein paar letzte Atemzüge hier. Und dann löse langsam die Hand von deinem Fuß. Bring die rechte Hand zurück nach vorn. Komm auf die Hände. Streck dein linkes Bein durch. Und für die Taube wandere den rechten Fuß rüber zur linken Hand. Bring dann das rechte Knie vor dem rechten Handgelenk nach unten zur Matte. Linke Bein schieb zurück. Und dann bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Und zieh hier beide Beine in der Hüfte zueinander. Heb dich dadurch nach oben in eine aktive Taube. Und atme hier nochmal tief ein. Mit der Ausatmung schieb dein linkes Bein weiter nach hinten. Lass die Hüfte sinken. Und bring die Hände vor dich zum Boden. Bleib entweder hier oder wander die rechte Hand ganz lang nach vorn. Schlängel den linken Arm unter dem rechten unten durch. Linke Schläfe zum Boden. Das ist wie immer aber nur eine Variante. Mach hier deine Praxis daraus. Wenn sich das jetzt ein bisschen unangenehm anfühlen sollte und du eigentlich nur raus willst aus der Haltung. Das ist völlig normal. Versuch dich hier ganz auf deinen Atem zu konzentrieren. Und denk dir mit jeder Ausatmung. Lass los. Und dann langsam komm wieder zurück. Lös auf. Komm auf die Hände. Klapp die linken Zehen um. Und schieb dich vorsichtig zurück in den herabschauenden Hund. Sehr schön. Hier kurz die Beine bewegen. Walk the dog. Gerne auch kurz Beine ausschütteln. Alles auflockern. Und dann mit der nächsten Einatmung beug die Knie. Schau nach vorn. Auslauf an den Anfang der Matte. Und greif dir hier mit den beiden Peace-Fingern jeweils den großen Zeh. Finde Länge mit der Einatmung. Ausatmen. Zieh dich mit den Händen nach unten Richtung Füße. Ganz tiefe Vorbeuge. Sehr schön. Löse die Hände. Beug gleich die Knie. Schieb in die Füße hinein. Richte dich auf mit der Einatmung. Und ausatmen. Bring die Hände vors Herz. Und tritt nun mit einem Fuß weit zurück in eine Grätsche. Zehen schauen leicht nach innen. Fersen nach außen. Bring die Hände an deine Hüften. Finde Länge mit der Einatmung im Oberkörper. Mit der Ausatmung beug dich mit geradem Rücken nach vorn. Und tauch ab in die Vorbeuge. Lass hier die Arme nach unten hängen. Oder wenn du willst, greif dir mit den Händen jeweils die Fußaußenkanten. Oder mit den beiden Peace-Fingern den großen Zeh. Finde mit der Einatmung Länge halbe Vorbeuge. Ausatmen. Sink tief. Zieh dich nach unten in die Vorbeuge, in deiner Grätsche. Lass den Kopf schwer hängen. Und löse langsam auf. Wander zurück zur Mitte. Dreh den Fuß an deinem vorderen Mattenende nach vorn. Beug dein Bein. Und schieb dich von hier aus in den herabschauenden Hund zurück. Alles auf der linken Seite. Heb mit der Einatmung dein linkes Bein nach oben. Austritt mit dem Fuß nach vorn an die Außenkante der linken Hand. Rechtes Bein gestreckt. Knie bleibt in der Luft. Und schieb die Ferse stark nach hinten von dir weg. Und zieh hier wieder erstmal beide Beine in der Hüfte zueinander. Und mit der Ausatmung schieb dann die Beine aus der Hüfte voneinander weg. Komm tiefer in die Lizard-Pause, ohne dein hinteres Knie zu lockern. Wander dich auf den Händen Stück für Stück weiter nach vorn. Gerne auf die Unterarme kommen. Aber lass dein Herz weiterhin nach vorn schauen und geh lieber ein Stückchen zurück. Behalte die Aktivität in deinem Knie und schieb die rechte Ferse weiterhin stark zurück. Und dann bringe langsam das rechte Knie nach unten zur Matte. Komm auf die Hände. Und klapp dann den linken Fuß auf, auf die Fußaußenkante. Zehen angezogen. Bring die rechte Hand ein Stückchen weiter nach vorn. Und schieb dann ganz vorsichtig mit der linken Hand gegen dein Knie. Lehn dich nach hinten zurück in die linke Schulter hinein, in eine Drehung. Und wenn du mehr willst, kannst du dein rechtes Bein beugen. Mit der linken Hand den Fuß greifen. Zieh den Fuß hoch zum Po. Und mit der Ausatmung lass die Hüfte tief sinken. Finde in deine tiefe Dehnung deiner rechten Oberschenkelvorderseite hinein. Optional komm gern wieder auf den rechten Unterarm. Und dreh dich dann hier nochmal mehr auf. Komm mehr in den Twist hinein. Schick deinen Atem in die Dehnung deines rechten Oberschenkelvorderseite. Deines Hüftbeugers. Und dann löse langsam wieder auf. Bring die linke Hand zurück nach vorn. Klapp die rechten Zehen um. Heb dein Knie an. Und für die Taube auf dieser Seite wandere den linken Fuß rüber zur rechten Hand. Linkes Knie nach unten zum linken Handgelenk. Flex den linken Fuß. Schieb dein rechtes Bein zurück. Bring die Hände vor dem Herz zusammen. Und für die aktive Taube zieh deine Beine in der Hüfte zueinander. Lift dich so nach oben. Und zieh so die rechte Hüfte mehr nach vorn. Und atme hier nochmal tief, tief ein. Und mit der Ausatmung schieb dein rechtes Bein weiter zurück. Lass die Hüfte sinken. Löse die Hände. Tappst Stück für Stück weiter nach vorn. Gern auf die Unterarme kommen. Oder optional streck den linken Arm lang nach vorn. Und schlängel dann den rechten Arm unter dem linken nach links unten durch für einen Twist. Binde hier deine Variante in diesem Hüftöffner. Und geh so weit, wie es sich für dich heute gut anfühlt. Dein Körper. Deine Praxis. Langsam finde wieder heraus. Heb dich nach oben. Komm auf die Hände. Und lass dich dann ganz vorsichtig auf die linke Seite sinken. Bring dein rechtes Bein nach vorn. Bewege mal die Knie vorsichtig von links nach rechts, windmühlenartig. Alles auflockern. Gern auch mal die Beine ausschütteln. Und dann für die sitzende Grätsche öffne die Beine weit zu den Seiten. Ich drehe mich kurz zu dir, dass du mich besser sehen kannst. Zieh gern nochmal dein Sitzfleisch nach hinten raus. Flex die Füße. Knie schauen aktiv nach oben. Und dann mit der Einatmung heb den linken Arm zur Decke. Finde Länge in den Seiten. Mit der Ausatmung lehn dich nach rechts. Rechter Arm an der Innenseite des rechten Beins. Öffne die linke Achsel mehr nach oben. Und finde hier in eine ganz intensive Dehnung deiner linken Flanke hinein. Vielleicht berühren deine linken Finger sogar die Zehen. Vielleicht kannst du den ganzen Fuß greifen. Atme hier tief in deine linke Seite hinein. Und mit der nächsten Einatmung zieh dich zurück nach oben zur Mitte. Ein rechten Arm heben. Seiten verlängern. Ausatmen. Lehn dich nun rüber nach links. Side Stretch auf der rechten Seite. Öffne dich auch hier mit der rechten Achsel mehr nach oben. Und mit der Ausatmung gib hier mehr nach. Habe es mal mit den Fingern Richtung Zehen zu deinem linken Fuß. Aber achte darauf hier nicht einzurotieren dann mit dem Oberkörper. Sondern öffne dich weiterhin nach oben. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung löse auf. Zieh dich zurück zur Mitte. Ausatmen. Hände sinken lassen. Und atme ein. Nochmal nach oben wachsen im Oberkörper. Gern mit den Händen abstützen. Und mit der Ausatmung Bande auf den Fingerspitzen mit langem unteren Rücken aus der Hüfte heraus nach vorn in die Vorbeuge. Lass die Beine aktiv. Füße geflext. Die Knie schauen nach oben. Wande hier nochmal für ein paar Zentimeter weiter nach vorn. Vielleicht bist du auf den Unterarm. Vielleicht kannst du auch den gesamten Oberkörper auf dem Boden ablegen. Aber wie immer gilt im Yoga, alles kann, nichts muss. Wir alle haben unsere ganz eigene Geschichte. Und ganz individuelle Körper. Und dann langsam schieb dich wieder zurück nach oben. Schließ vorsichtig deine Beine. Kurz die Beine auswackeln. Etwas ausschütteln. Auch ausklopfen die Oberschenkel. Und dann stell die Füße auf. Greif in die Kniekehlen und roll dich Wirbel für Wirbel nach unten auf die Matte ab. Linker Fuß aufgestellt. Streck dein rechtes Bein nach oben. Und greif dir den Oberschenkel oder die Wade. Mit der Einatmung wachst du durch dein Bein hoch in die Ferse. Auszieh dein rechtes Bein zu dir ran. Unterer Rücken bleibt am Boden. Und zieh hier Stück für Stück vorsichtig dein Bein weiter zu dir. Lass die Schultern möglichst auf der Matte. Und wenn du möchtest, streck dein linkes Bein nach vorne aus für eine noch intensivere Dehnung. Achte darauf, die rechte Hüfte mehr nach vorn zum linken Fuß zu schieben, damit die Hüften parallel sind. Und zieh noch mal mehr dein rechtes Bein zu dir ran. Bleib hier für ein paar Atemzüge. Und dann beug dein rechtes Bein für die liegende Drehung. Bring dein rechtes Knie auf die linke Seite. Streck den rechten Arm seitlich von dir weg. Blick geht zur rechten Hand. Schließe hier gern deine Augen. Und mit jeder Ausatmung gib hier immer mehr nach. Und dann langsam löse auf. Wende zurück zur Mitte. Stell nun den rechten Fuß auf. Streck dein linkes Bein nach oben. Greif dir den Oberschenkel oder die Wade. Unterer Rücken schiebt in die Matte hinein. Wachst mit der Einatmung aus der Hüfte hoch in die Ferse ganz lang werden. Auszieh dein Bein näher zu dir ran. Wenn du mehr willst, streck auch hier das rechte Bein lang nach vorn für eine tiefere Dehnung. Schieb die linke Hüfte nach vorn zum rechten Fuß. Hüften parallel. Und mit jeder Einatmung wachst durch dein Bein hoch in die Ferse. Lass es ein Zentimeter länger werden. Und mit jeder Ausatmung ziehe es sanft näher zu dir ran. Einatmen. Und ausatmen. Und für den Twist beug dein linkes Bein. Bring das linke Knie rüber nach rechts. Streck den linken Arm zur Seite von dir weg. Blicke zur linken Hand. Gern wieder die Augen schließen. Lass dich dann immer schwerer und weicher in deine Drehung den Boden hinein sinken. Deine letzte Asana vor der Schlussentspannung. Löse auf. Finde zurück zur Mitte. Stell beide Füße auf. Leg die Hände unter deinem Po-Backen für den Fisch. Streck dann die Beine lang nach vorn. Heb dich auf die Unterarme. Schieb dein Herz nach oben. Kopf schwebt ganz leicht. Atme hier tief, tief ein. Und ganz lösen durch den Mund wieder aus. Nochmal tief ein. Und ausatmen. Lös auf. Leg ab. Und finde für ein, zwei letzte Minuten in die Schlussentspannung dein Shavasana hinein. Und auch wenn es verlockend ist, vor dem Laptop das Shavasana zu überspringen, nimm dir diesen kurzen Moment, um nochmal ganz anzukommen, die Gedanken loszulassen und den Körper wieder mehr zur Ruhe zu bringen. Der Einatmung lass, mit der Ausatmung los. Shavasana 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 Und dann stell die Füße auf und roll dich über die rechte Seite nach oben auf in Sitzen, Augen gern noch geschlossen. Wenn du in den Fersen oder Schneidersitz hinein legst, die Hände vor deinem Herzen aneinander. Und bedank dich hier bei dir selbst für deine Yoga-Praxis. Bring die Hände an den Punkt zwischen deinen Augenbrauen für klare Gedanken, an deine Lippen für ehrliche Worte. Und vor dein Herz, möge dein Herz dich stets leiten. Schenk dir hier mal ein kleines Lächeln. Vielen Dank fürs Mitmachen. Namaste. Wenn dir die Einheit gefallen hat, vergiss nicht einen Daumen nach oben da zu lassen und empfehle das Video auch gern Freundinnen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.